Ja, liebenswerterweise bin ich ja erneut nominiert für die, oder sind wir nominiert, Kitchen Impossible, für die Goldene Kamera und es wäre mir eine große Ehre, mich auf den Thron einer Inge Meisel des Kochfernsehens bewegen zu dürfen. Dafür brauche ich eure Unterstützung. Bitte ruft reichhaltig an, und zwar für Kitchen Impossible.